Okay, Mama, ich wollte dir was sagen. Und zwar, jetzt, wo ich ja nicht mehr vergeben bin, kann es ja sein, dass man irgendwann Leute datet. Und dann kann es ja sein, dass man irgendwann Leute mit nach Hause bringt. Ja. Und ich wollte sagen, also es kann ja sein, dass ich dann einen Mann mit nach Hause bringe. Ja. Aber es kann doch sein, dass ich eine Frau mit nach Hause bringe. Ja. Und ich würde mich über beides freuen. Cool. Also Hauptsache, dir geht es gut. Das ist voll süß. Dass man überhaupt noch darüber reden muss, wen man liebt, also das finde ich schon schade. Liebt jemanden und es geht einem gut damit und das ist ja die Hauptsache. Das ist schön gesagt. Ja. Vielen Dank.